Hey Leute, da bin ich wieder. Ich bin Alisa von Schatzi's LP und wir spielen Minecraft. Wir sind beim Pokémon Project zugange, wo ich gerade noch immer und ewig und so... Also ich baue schon eine halbe Ewigkeit hier dran rum, aber es soll ja auch geil werden. Deswegen hoffe ich, ihr verzeiht mir das. So, 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 ja, so. So, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. So, so kann man es lassen. Finde ich, also dass da so die Treppe hoch geht, so versteckt, das finde ich eigentlich ganz gut so. So, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt nehme ich den Stein und die brauche ich alle, okay. So, die Höhe ist passend. Wie oft, eins, zwei, drei, vier. Okay, also die Mittler denn hier. Eins, zwei. Zwei, drei, vier. Gucken wir mal, ob wir uns treffen. Perfekt. So, zack, 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 zuck, zack, die, dumm, da, da. So. So. Was hier jetzt noch hinkommt, ist... Was ist in die Mitte? Hier ist die Mitte. Hier ist die Mitte. Warte mal, ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben habe ich gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Achso, hier ist eins zu viel. Okay, ich wollte schon sagen. Hä, habe ich dann hier eins, zwei, drei, sieben. Eins, zwei, drei, sieben. Dann ist ja in Ordnung, was jetzt hier nämlich hinkommt. So. Ich habe gerade eine Totalhammer-E. Das mache ich mir eben wieder weg. So, das ist zwar, äh, ein Poker-Center, was total, äh, noch nie so existiert hat. Aber es ist geil. Und es wird noch geiler. So. So. Vielleicht ahnen manche schon, was ich hier vorhabe. Andere vielleicht noch nicht. Lasst euch gleich mal ganz kurz überraschen, bitte. Ich habe selber noch keinen Plan, ob das so hinhaut, wie ich mir das gerade so vorgestellt habe. Aber, wenn das so klappen sollte, so. Wäre das echt Hammer. Also, was ich jetzt noch brauche, eben. Hö, da. Vielleicht sind da jetzt schon einige draufgekommen, was das hier werden soll. Eigentlich wollte ich hier in die Mitte, äh, riesig viel Glas hinbauen. Das mache ich jetzt nicht. Das bleibt, äh, zur Seite hin offen. Wenn ihr darunter stürzt, seid ihr selber schuld. Dafür kommt hier jetzt... Glas hin. Das ist zwar auch Glas, ah, dieses Glas meine ich. So. Hammer. Hier nehme ich jetzt ausnahmsweise mal die Treppen. Weil es einfach besser aussieht. Und das lasse ich weg. Dann, äh, kommt man hier so geil hoch. Kommt hier wieder so geil rüber. Und hier müssen natürlich auch noch Treppen hin. Geil. Hammer. Äh, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Gar nicht. Mache ich hier eine Wendeltreppe hin? Ähm. Nee, passt nicht. Könnten die Treppe auch von hier aus anfangen. Dann. Oder. 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 Äh. Oder. Äh. Und zack wäre man hier oben und hat eigentlich keinen Platz mehr, aber das ist mir gerade scheißegal. Und es regnet. So, wenn man hier so hoch kommt, mache ich die jetzt nur in eine Treppe. In eine Richtung, die Treppe. Ich würde sagen, ne? Oder dass ich die echt weg. Die können natürlich auch eine Leiter machen, aber irgendwie ist das schäbig. Okay. 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 Ops. So, man kommt hier rein, sieht das, was schon richtig geil aussieht, irgendwie. Und, ähm, es ist hell, freundlich, man kann hier so rumgehen, hier sieht's eigentlich ganz cool aus, bis auf die ganzen Viecher, die mich irgendwie zu Tode nerven wollen. Eine Sitzbank hat hier so ne Rundecke, ja, lieber Gronkh, es ist nicht symmetrisch. Mich persönlich stört es nicht, mich stören nur die Pokémon hier. Hier hat man pro Ding 6 Zimmer, man kann hier nach ganz, ganz, ganz oben. Ich kann hier wieder runterjumpen. Ah, okay. Ich hab's spackt auch nicht so nicht geschafft, schade. Danke. So, was jetzt noch eben fehlte, war, äh, hier irgendwie ne Sitzecke, ne? Ich bin grad aber überlegen, ob ich die echt noch machen soll. Könnten auch einfach sowas hier hinbauen. So, zur Abwechslung fände ich das auch gar nicht schlimm. 1, 2, 3, 4 breit einfach nur. Erst das Geröll wegräumen, geh mal, geh mal schnell, ja, geh mal gucken, geh mal gucken, was ist denn da? Ja, fein ist irgendetwas. So, 1, 2, 3, und Sofa hierhin, perfekt. Mein Spiel spackt gerade, einfach nur mega. Ups. So. Jetzt nicht mehr, okay. Perfekt. Eigentlich haben wir ja jetzt hier alles soweit fertig, ne? Das ist natürlich ein Highlight. Das ist richtig geil. Hier diesen Eingangsbereich, okay, mich stört die Seite hier irgendwie. Also das hier, das... Da muss ich mir eben... Das ist hier das Gefühl. Besser als Tisch. Wieder weg. Ups, dann stehe ich mir selber schon im Weg. Die Seite habe ich lieber kahl als, äh, so. So, kommst hier so rein, guckst so, ja, Sitzecke, boah, ey, kannst hier so... Pokémon aufladen, boah, ey, PC. Kannst hier so rumgehen, kannst da nochmal in den Fernseher gucken, dich da hinschillen. Hier alle möglichen Infos checken, sich hier so ganz gemütlich hinsetzen. Blick aufs Meer. Hier nochmal ein paar Infos checken. Hier wieder so hinsetzen und so. Hier sich so hinsetzen und so, ne? Boah, ey, voll hier so, ne? Ne, jetzt mal ohne Spaß. Du kommst hier hoch. Du kannst dir hier ein Zimmer nehmen und dich mal ausruhen. Aber nicht vergessen, die Tür zu schließen. Kannst dich hierhin chillen, so ganz gemütlich. Kannst hier natürlich wieder... Boah, ne, wow. Sollen wir hier noch ein Sofa hinklumpen? Eins, zwei, drei, vier. Hier ein frei, da ein frei. Kannst dich hier so hinsetzen. Wow. Kannst jetzt natürlich runterfallen, aber ich hoffe, so blöd seid ihr. Ne, mich nimmt das Sofa. Ich mach das Sofa wieder weg. Kannst dich hier so hinschillen. Kannst hier nach oben. Kommst hier so nach oben. Sieht eigentlich recht langweilig aus. Bist jetzt halt mal auf der Höhe. Kannst so ein bisschen nach da hinten raus spähen. Und kommst einfach nur nach hier oben und denkst... Wow. Also ich denke... Wow, so. Meine Fresse, was hab ich denn alles laufen? Was das so spackt gerade? Ohne die Nerv-Töten-Pokémon-Rinnen, der ist natürlich angenehmer, aber zu viel zu früh. So. Jetzt einfach mal hier. Und denkst einfach nur... Ham-Meer. Also ich denk gerade einfach nur Ham-Meer, weil ich hab's gebaut und ich bin voll... ...buff. Ich hab's gebaut. Böds, böds, böds. Einfach nur geil. Du kommst hier echt so an. In ein Pokémon-Center und... Entschuldigung, ich bin gerade stolz. So, wir haben das Pokémon-Center fertig, Leute. Das ist echt... Ah, warte mal. Ach, mein Charmander ist wieder... Nein, das ist nicht wieder fertig. Das geh ich jetzt aufladen. Das geh ich noch aufladen und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Wir haben bestimmt locker 10 Folgen an diesem Pokémon-Center gebaut. Es wird aber nicht unser größtes Bauwerk. Ich hab nämlich noch Großes vor. Also als nächstes, äh, baue ich erstmal hier die Stadt auf. Jetzt ist es wieder fertig. Okay, perfekt. Hier geht's. Da lasse ich mir noch was einfallen. Vielleicht brauche ich wieder die Knöppe hin. Ich sag jetzt erstmal, äh, Hammer-Anblick und tschau, Leute. Wir sehen uns.